wenn ihr da bock drauf habt könnt ihr das machen ist kein muss ich stelle jetzt einfach so ein paar random fragen und wenn ihr wollt könnt ihr diese beantworten damit ich so ein bisschen mehr über euch erfahre so die erste frage wäre wie alt seid ihr also ihr wisst ja ich bin 23 wird in vier monaten 24 schon alter sack ich weiß mich würde interessieren wie so der durchschnitt wie das durchschnittsalter von euch ist youtube sagt zwar so im schnitt 13 bis 14 aber ich denke einige von euch sprengen die norm also ich weiß zum beispiel mich ist älter als ich der schaut auch meine videos anderes als ich das heißt die sind schon im 20er bis 30er alter mit rasenden schritten aufs 30er alter natürlich zu ja mal schauen würde mich auf jeden fall interessieren wie alt ihr seid wenn ihr wollt natürlich müsst ihr nicht als jedem selbst überlassen würde mich auf jeden fall interessieren dann woher kommt ihr also was für eine nationalität gehört ihr an ich bin ihr wisst es ich bin zwar in deutschland aufgewachsen und so aber ich bin engländer also durch und durch ja was heißt durch und durch 75 prozent würde ich sagen also mein vater ist komplett engländer meine mutter ist halbe und dann könnt ihr euch das ausrechnen also 75 prozent so ungefähr äh ja ähm was gibt es noch was also würde mich auch interessieren was für nationalitäten hier meine videos gucken würde mich da habe ich übelst bock drauf ich weiß ich kenne so ein zwei türkische mitglieder haben wir wir haben ein paar russische mitglieder also aber von dem rest weiß ich es nicht also ich weiß robben müsste russe sein also nicht hier kreja also diffi ist nicht den den meine ich nicht diffi ist deutscher das weiß ich aber der der 727 also robben kelm heißt er glaube ich in den menschen in youtube der ist russe würde mich auch noch interessieren was für ein was für eine art russe weil es gibt ja kasachen oder äh kier gießen oder was weiß ich ähm gibt halt verschiedene arten so wäre auf jeden fall gut zu wissen dann haben wir irgendwelche polen ich weiß es nicht schreibt sie in die kommentare ähm ja das würde mich äh so so sachen zu euch damit ich euch besser kennen lerne weil ihr wisst ja schon einiges über mich jetzt wird mal zeit dass ich was über euch herausfinde und äh natürlich vergesst nicht mir auch wieder fragen zu stellen damit wir in den nächsten folgen die nächsten fragen durchblättern können durchgehen können oh mein gott jetzt habe ich vergessen aufheben nicht drauf gehen gleich 35a ich sollte mal ein booster wieder reinsetzen du 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 zu spät jetzt haben wir die xp nicht mitgenommen boah die frameruggler ähm ich schaue mal kurz auf die festplatte jaaa ja noch 2,5 terabyte frei ich habe gedacht ich hätte mehr aufgenommen die tage jetzt das heißt wir können noch ein paar aufnahme sessions machen ähm ich versuche jetzt ähm die aufnahme sessions sehr kurz zu halten also dass die echt nur eine woche verstreichen da ich dann ähm dass ihr eure fragen dann direkt in der laufenden in der kommenden woche hört beziehungsweise anfang der kommenden woche wieder hört ähm weil ansonsten kommt man sich halt so komisch vor würde ich mir auch komisch vorkommen ich stelle eine frage und die kommt erst in vier wochen oder so das ist halt ein bisschen banane ähm ja das würde mich auf jeden fall interessieren äh dann habe ich geplant dann habe ich geplant äh demnächst wird es also was heißt demnächst ich versuche im laufe nächsten monat also im juli ein event auf die beine zu stellen ähm was rigimon betrifft und so allgemein für euch und sowas da jetzt team summer sale draußen ist ähm mal gucken ob wir da irgendwas am start kriegen ähm so ein bisschen als dankeschön an euch wieder zurück ich werde mir da was überlegen werde mich auch noch mit ein paar freunden zusammensetzen was erarbeiten und dann gucken ob wir da irgendwie ein turnier aufstellen oder irgendwie sowas oder keine ahnung ähm ja irgendwie sowas werden wir auf jeden fall machen ähm dann habe ich mir überlegt äh vielleicht nächstes jahr oder ende dieses jahres mal ein draw my life oder so zu machen wäre bestimmt ganz cool vor allem für mich mal wieder so rückblickend auf äh meine kindheit und so zu achten ähm ja ja vor allem was was gebe ich alles von mir preis was nicht ich bin ja halt so der typ ähm von mir könnt ihr eigentlich alles wissen so jetzt mal abgesehen davon wo ich wohne weil das ist halt eher die private schiene aber so an sich so gibt es halt nichts zu verheimlichen ne glaubt nicht ähm an sich gibt es halt nichts zu verheimlichen so äh sehr offener mensch und daher von daher ja äh vielleicht draw my life obwohl meine zeichenskills extremst scheiße sind also richtig hardcore scheiße ich habe es früher mal sehr gerne gemacht aber mittlerweile übelst eingerostet ähm ja vielleicht sowas mal Anfang nächsten jahres Ende diesen jahres oder so machen das habe ich geplant auf jeden Fall ein Event wird auf jeden Fall im Juli stattfinden ich weiß noch nicht wie das laufen wird ich werde mir auf jeden Fall noch irgendwelche Ideen dazu machen ich werde mir das jetzt aufschreiben ähm das ist auf jeden Fall ein Versprechen also im Juli ich sage euch nicht hundertprozentig wann es wird auf jeden Fall dieses Jahr Juli sein also nächsten Monat äh wann kann ich euch nicht sagen äh Juli Event und dann mal schauen Hashtag Digimon dm o so fertig vielleicht Fragen über Digimon oder irgendwie sowas keine Ahnung ich weiß es noch nicht wir werden sehen ähm könnt auch was gewinnen denke ich ähm wie gesagt äh näheres dazu wird auf diesem Monat Ende Anfang nächsten Monat äh erscheinen ihr werdet auf jeden Fall ein Infovideo ein Erklärungsvideo ETC bekommen ähm wo ich euch schön breit erkläre wie ihr daran teilnehmen könnt und was ihr dafür machen müsst und sowas hat hat er jetzt 1,1 1,128 ja geht doch klar wir sind schon 35 und haben schon wieder 50% fast läuft doch bei uns läuft hart äh wie hieß die Attacke nochmal ähm irgendwas Meteor oder nein nein nicht Meteor warte Top Gun die hieß aber nicht Top Gun die hieß irgendwie anders äh Magma Kracher oder Magna ne Magna Kracher war von Magna äh Magma Ball oder so glaube ich oder Lava Ball Lava Ball kann das sein wisst ihr wie die Attacke hieß die F2 in der Serie Lava Lava Kugel genau so hieß es Lava Kugel ich hoffe ich cutte nicht davor ihr schreibt alles und seht es dann in der nächsten Folge das wäre ein bisschen beschissen ich hoffe nicht ähm aber ich denke nicht wir haben ja rechtzeitig angefangen es müsste so ungefähr jetzt die vierte Folge sein in der wir sind hallo zur vierten Folge zumindest von dieser Aufnahme Session ähm ja so das mit dem Event steht auf jeden Fall dann schon mal fest äh ja Livestreams versuche ich wie immer noch mein Gott ich werde so laut Livestreams versuche ich immer noch äh regelmäßig jede Woche zu machen ich glaube diese Woche schaffe ich es nicht also nicht die Woche in der ihr jetzt das Let's Play seht die Woche meine ich nicht ich meine die Woche halt wir haben heute Samstag morgen Sonntag ich weiß noch nicht ob ich das ganz packe weil ich noch ordentlich viel zum Aufnehmen habe ich werde jetzt ich bin jetzt schon wieder vier Stunden am Aufnehmen insgesamt ähm so mit allen Projekten die ich im Moment aufnehme und hab dann noch ein anderes Projekt geplant was ich auch noch aufnehmen muss und durchführen muss und bla und keks und da muss ich noch was vorbereiten für Arbeit und boah ich bin voll im Arsch aber egal für euch mache ich das und äh weil es mir Spaß macht natürlich weil ich da Bock drauf habe äh je nachdem ähm deswegen weiß ich noch nicht ihr werdet auf jeden Fall wenn Livestream kommt werdet ihr immer in der Woche oder zumindest spätestens Sonntags morgens irgendwann ein Infovideo bekommen mhm in dem steht ob ich streame oder nicht ähm ja so das wär's dann auch schon so größtenteils von meiner Seite äh ich quatsche und quatsche ihr könnt die geile Musik im Hintergrund gar nicht richtig hören ich weiß ich laberkopp ich ähm ja mich würden was würde mich jetzt im Moment echt interessieren was für allgemeine Fragen ihr mal habt ähm so Sachen über Religion oder so das wäre mal ganz cool so über sowas zu reden wenn ihr so Religion spezifische Fragen habt oder oder ich weiß nicht ähm allgemein irgendwie keine Ahnung zum Thema Fitness weil das Thema interessiert mich jetzt ähm ähm